Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportlerinnen, es freut mich sehr, dass die Frauen nach 2001 wieder an ihrer eigenen Tour de Suisse Women starten können. Ich bin überzeugt, dass die Radsportlerinnen sich spannende Rennen liefern und uns begeistern werden. Der Auftritt der weltbesten Strassenradfahrerinnen wird hoffentlich viele Frauen anspornen, auch einmal auf ein Rennvelo zu steigen. Wenn die Medien über die Frauen Radsportrennen umfassend berichten, werden Mädchen sehen, wie attraktiv dieser Sport für Frauen ist und sie motivieren, ebenfalls an solchen Rennen teilzunehmen. Die Austragung des Etappenrennens im Rahmen der Tour de Suisse der Männer ist ein wichtiger Beitrag zur Gleichstellung der Frauen im Sport und erträgt zum weiteren Aufschwung des Frauenradrennsports in der Schweiz bei. Ich wünsche allen Teilnehmenden eine erfolgreiche und unfallfreie Tour de Suisse Women und hoffe, dass die Frauen auch in den kommenden Jahren eine Startgelegenheit an diesem Radsportfest erhalten werden. Und wenn die Frauen nicht gewartet werden, wollen wir sie auch in den Ristsun копieren und auf Krisen verwenden können. Vielen Dank.